Hi, ich habe in den letzten beiden Tagen zwei Bundles gekauft für mich. Beide sind neu, beide sind nicht wirklich Bundle-Test fähig. Da mache ich jetzt einfach mal was Besonderes drauf, weil es auch was zu gewinnen gibt. Es kommt ein kleiner Aufruf sozusagen und eine Vorstellung von einem Genre, was vielleicht ein bisschen missverstanden wird. Und den Zug-Simulator. Jo, genau das. Intro mal aus. Also, der Zug-Simulator. Das ist das dritte oder vierte Mal, dass der Train-Simulator 2021 in einem Humble-Bundle drin ist. Ich möchte mal eigentlich viel zu sagen, sondern nur, dass man den und zwar das Grund-Paket mit ein paar Bahnstrecken und ein paar Lokomotiven bei mir gewinnen kann. Das Bundle verlinke ich euch natürlich unten. Das ist für einen Euro gibt es da das Spiel an sich und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zölf, Stratzen, vierzehn. Weitere Züge oder Lokomotiven, Klassiker, also uralt Züge, Dampfloks, alles Mögliche. Genau, also auch schon bei dem Bundle für einen Euro ist da ein bisschen was in der Richtung dabei. Den Train-Simulator hatte ich schon und habe jetzt inzwischen 30 Add-Ons, sowohl Strecken als auch Züge. und habe damit auch tatsächlich schon fünf Prozent der erhältlichen Add-Ons. Das sind nämlich über 600 zu einem Gesamtpreis von mehreren tausend Euro. Braucht man aber eigentlich nicht. Also hier kommt jetzt nicht der Aufruf. Den Train-Simulator habe ich angespielt. Ich komme mit dem überhaupt nicht klar, aber ich bin halt eben so ein bisschen Sammler und wenn es da mal für einen Euro ein paar Loks gibt, dann schlage ich da auch zu. Und deswegen habe ich das Grundspiel mit vier Strecken und ein paar Loks übrig. Und den verlose ich jetzt. So viel dazu. Das ist Bundle 1. Bei Humble Bundle verlinke ich euch. Ja, wenn ihr da Lust drauf habt oder wenn ihr sowieso den Train-Simulator schon habt und mehr Loks haben wollt, gibt es für relativ wenig Geld. Genau, also insgesamt für 9,88 Euro. Also 10 Euro, sagen wir mal. Ein riesiges Paket, aber halt eben nur mit Zügen. So. Gut. Fertig. Das war Bundle Nummer 1. Verlinke ich euch. Ist nicht bundelfähig, weil Videos gibt es nur zu dem Train-Simulator an sich. Beziehungsweise vielleicht auch zu den Add-Ons. Aber jetzt da irgendwie 18 Züge zu zeigen, ist Quatsch. Ja. Jetzt kommen wir zu meinem Anliegen. Und zwar ein Bundle. Das kam diesmal bei Fanatical raus. Und es hat mich sehr gefreut, weil ich sammle diese Art Spiele. Und es waren tatsächlich jetzt 10 Spiele in dem Bundle, von denen ich 8 Stück noch nicht hatte. Was auch heißt, dass ich 2 Stück verlose. Ist klar. Und das sind alles Wimmelbild-Spiele von Artifex Mundi. Artifex Mundi. Ich glaube, so heißen die. Lass mal gucken. Artifex Mundi ist der Publisher. Und die machen hochwertige Wimmelbild-Spiele. Und jetzt erstmal die Frage, was muss man von Wimmelbild-Spielen erwarten? Ich lasse die Videos zu den 10 Spielen einfach mal durchlaufen, weil die kosten alle 15 Euro. Und sie sind zwischen sehr positiv und größtenteils positiv bewertet. Und ich lasse es einfach mal bei meinem Ausruf zu Wimmelbild-Spielen einfach mal die Videos durchlaufen und sage noch kurz, was es ist. Erstmal die beiden, die man gewinnen kann. Das ist einmal Demon Hunter 5 Ascendance. Also, diese Trailer sind natürlich auch völlig überrissen, weil wir haben es meistens mit ganz kurzen Videosequenzen zu tun. Die werden jetzt hier in den Trailern zusammengeschnitten. Ansonsten haben wir meistens recht statische Bilder mit ganz wenig Bewegung. Und es ist im Prinzip ein sehr stark vereinfachtes Point-and-Click-Spiel mit mystischem Hintergrund und einer hanebüchenen Story und einer unglaublich seltsamen Logik. Also, wenn ich nur das Lieblingswort von Kronk in diesem Zusammenhang sagen will, Aussparung. Das heißt, du hast eine Tür und da ist eine Aussparung in Form eines Engels. Dann musst du irgendwo den Engel finden, um die Tür aufzukriegen. Und das in einem normalen Wohnhaus. Das ist hanebüchener Blödsinn. Warum mache ich dieses Video? Die Dinger machen Spaß. Die machen einfach sehr viel Spaß. Zwischendrin sind dann auch immer wieder Minispiele, wie natürlich diese Wimmelbild-Sequenzen, wonach das Ganze benannt ist. Im Englischen übrigens Hidden-Objekt-Spiele. Das heißt, du hast eine Ansammlung von irgendwas und musst die Gegenstände, die unten stehen, einfach finden mit verschiedensten Variationen. Wir machen das nächste gerade mal. Also, Demon Hunter 5 Ascendants könnt ihr gewinnen. Das nächste ist The Secret Order 7 Shadow Breach. Auch sehr positiv bewertet, genauso wie Demon Hunter. So, weiter. Auch wieder Artifacts Monday. Die Grafiken sind immer sehr, wie soll ich sagen, atmosphärisch, aber es ist keine High-End-Grafik von irgendeinem Realismus, ganz zu schweigen. Es ist aber auch keine Comic-Grafik, sondern es ist halt die typische Wimmelbild-Grafik mit den typischen Wimmelbild-Elementen. Ihr glaubt gar nicht, was ich schon an diversen Ankern, Toastern, Schwertern, Messern, Schilde, da sind sie gerade, gesehen habe. Also das heißt, ja, das sind im Prinzip Billig-Produktionen, die auch relativ einfach durchzuspielen sind. Meistens auch mit einem Bonus-Kapitel. Und auch, dass das jetzt hier Secret Order 7 ist, ist völlig egal. Secret Order 1 gibt es gar nicht auf Steam und die anderen gibt es in den Bundle 2 bis 8. Was aber auch egal ist, weil die Story ist sowieso Hanebüchen. Es macht Spaß und es ist schön. Und manchmal, ganz selten, ist auch ein bisschen was Gutes dabei. Jetzt bei Artifacts Monday, die Storys sind nachvollziehbar, aber sie sind halt eben immer auch sehr, sehr märchenhaft, kann man sagen. Zum Beispiel hier, also wie gesagt, Secret Order 7 könnt ihr gewinnen, macht ruhig mit, um es euch mal anzuschauen. Sehr qualitativ hochwertig für dieses Genre. Und dass es der siebte Teil ist von der Serie, ist egal. Die Reihenfolge ist egal. Wenn man wirklich die Story komplett miterleben will, kann man das natürlich der Reihenfolge spielen, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Mehrwert. Muss nicht sein. So, wir kommen zu diesem hier, das ist The Secret Order 8, Return of the Buried Kingdom. Das habe ich noch nicht, also wie gesagt, die Gewinne sind schon vorbei, also es geht nur The Secret Order 7 und Demon Hunter. Ja, ich habe schon fast alles gesagt. Es ist sehr kitschig, es ist zum Teil, also von der Logik her, aua, aua. Ja, aber halt eben innerhalb dieser Welt schon sehr schlüssig. Das heißt, also wenn ihr mal so ein Wimmelbild gespielt habt, dann wisst ihr, wie die funktionieren. Wie zum Beispiel, da liegt etwas im hohen Gras und dann brauchst du natürlich eine Schere, um das Gras abzustellen. Weil du hast, da zitiere ich wieder meinen Lieblings-Wimmelbild-Let's Player Gronkh. Du hast natürlich Papierhände, du kannst gar nichts. Und wenn du diese Schere benutzt hast, ja, und kommst an eine Stelle mit einem Strick oder mit irgendwas, wo so eine Schere wieder sehr, sehr sinnvoll wäre, ist die Schere natürlich durch den Gebrauch beim Glas auch weg, beim Gras auch weg. Ist klar. Die ist dann nicht mehr da. Entbehrt jeder Logik, ist aber toll. Macht Spaß, man kann sich ein bisschen aufregen, aber es ist so gedacht, es dient alles dem Spielprinzip. Machen wir noch ein bisschen weiter. Uncharted Tides, Port Royal. Einfach so. Das ist jetzt das Erste, was jetzt nur größtenteils positiv bewertet ist. Die sind alle mit englischer Sprachausgabe und Deutsch untertitelt. Und wie gesagt, klischeevoll, kitschig und so weiter. Jetzt haben wir hier Seeleute, dann kommt mit Sicherheit irgendwo auch der große Tintenfisch. Mit Sicherheit, ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, dass es so ist. Genau. Ja, sie sucht nach ihrem Vater. Also wie gesagt, da ist jetzt wirklich Originalität nicht so viel, sondern einfach nur Klischee-Bedienung. Aber, wie gesagt, die Dinger machen saui Spaß. Die sind so schön entspannt und man spielt. Und selbst die Schockeffekte, die manchmal kommen sollen, sind so doof, dass man dann auch sagt, oh, oh, oh. Oder, ich muss hier sehr, sehr oft den Gronkh zitieren, oder hat der Grafiker nochmal 5 Euro extra bekommen. Genau so. Und das hier sind diese Wimmelzehen, wo du halt eben die Sachen suchst und einen Gegenstand dann meistens behalten kannst, den du brauchst. Und das ist meistens das Unnötigste von allen. Jo, so. Machen wir weiter. Wir sind jetzt bei einem nur ausgeglichenen Spiel. Hm, das scheint also, The Myth Seeker 2, The Second City, scheint nicht so gut zu sein. Ich meine, die sind alle nicht so gut, aber das scheint auch nicht so viel Spaß zu machen. Ich gucke mal ganz kurz rein, in dem Fall, weil es mich interessiert, warum. Ist es zu kurz? Schöne Grafik, schöne Musik, es gibt ein Bonus-Kapitel, es sind einfache Achievements. Es ist zu kurz, es ist zu teuer, das ist ja jetzt hier völlig egal. Es ist zu einfach. Und der Plot ist so generisch, dass es überhaupt uninteressant ist. Und es ist so langsam, dass es fast schon langweilig ist. Weiß ich nicht. Es sind halt eben Wimmelbilder, aber ich meine, das ist ja jetzt von Wimmelbildspielern bewertet, also scheint das ein bisschen schlechter zu sein. Naja, gut. Ich habe es noch nicht gespielt. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Klischee. Persische Nächte, Persia Nights, Orientalik, mit Sicherheit. Positiv bewertet wieder. Und wie gesagt, die kosten alle 15 Euro normalerweise. Das heißt, es ist das Bundle, das nur 4,95 Euro kostet bei Fanatical. Ich verlinke es euch natürlich. Hat einen Wert von 150 Euro. Und gut, niemand kauft Wimmelbildspiele, glaube ich mal, zum Vollpreis. Aber trotz allem ist es dafür, dass es sehr, sehr neue Spiele sind. 10. Juni 2020 ist dieses hier zum Beispiel. Ja. Oh Gott, wie viele Bücher ich schon verschoben habe. Das ist unfassbar. Aber, na gut, dieser Eistrache, der ist jetzt fast schon ein bisschen interessant. Genau. So. Auch hier andere Variationen vom Wimmelbild und von Minigames. Also es gibt auch kleine Puzzles zu lösen. Aber ihr hört schon an der Musik. Das ist halt eben ja, ne? So ein bisschen Aladdin halt, ne? Genau. Aber positiv bewertet. Super. Weiter. Oh, jetzt wird es spooky. Ghost Files 2. Memory of a Crime. Größtenteils positiv auch wieder nur. Und, ja, ansonsten alles wie immer. Nur hier geht es wohl ein bisschen gruseliger zu. Haha. Oh, my head. Und vor allen Dingen, also, die Charaktere sind auch wirklich wie aus dem Bilderbuch. Und du weißt auch immer ungefähr, wo sie herkommen, nur in billiger. Aber, wie gesagt, ja, das Münchspiel, das Motorrad. Und, wie gesagt, das sieht jetzt alles ein bisschen nach Action aus. Nein. Es gibt keine Sachen, die auf Zeit gehen. Nie. Es gibt immer nur Sachen, Puzzles lösen und fertig. Und du hast immer unendlich Zeit. Du musst sehr, sehr oft auch anstellen zurück. Du hast manchmal eine Karte, wo du springen kannst. Manchmal musst du auch wirklich gehen. Das Spiel ist komplett mit der Maus spielbar. Ja. Sogar die Musik ist so ein ganz kleines bisschen an James Bond angelegt. Super. Jetzt kommen wir zu einem Mysterium in anderer Hinsicht, ja. Family Mysteries, Poisonous Promises. Ja. Wie alle anderen auch. Wie gesagt, gleiche Koalitionen. Alle auf Deutsch übersetzt mit englischer Sprachausgabe. Das ist Family Mysteries, ich sag mal, eins. Weil es gibt davon drei Teile. Und in diesem Bundle sind zwei davon. Dieser hier. Sie haben auch schon Handys integriert. Das ist vom März 2020. Die machen also auch wirklich Massenproduktion, ganz klar. Weil das ist halt eben recht einfach. Du hast keinen großen Aufwand. Und ich weiß nicht, wo sie die Grafiken her haben. Ob das Schnellzeichner sind oder so. Aber, ja. Ich weiß auch nicht, Artifacts Monty von wo die sind. Oder Brave Giant LTD. Ich kann mir vorstellen, dass da vieles osteuropäisch oder russisch auch mal ist. Aber muss nicht sein. Das ist auf jeden Fall halt eben, ja. Massenware. Weil man sich über eine originelle Story nicht so furchtbar viel Gedanken machen muss. Und was hier nach Action aussieht, sind kurze Videosequenzen. Du spielst da nicht wirklich. So, und jetzt kommt das nächste Spiel. Das ist natürlich, wie es logisch ist. Family Mysteries. Drei. Zwei fehlt. Habe ich auch noch nicht. Würde mir wirklich fehlen. Aber, naja. Jetzt habe ich eins und drei. Aber das macht. Kein Unterschied. Es ist egal. Sprechende Raben. Auch sehr gern gesehen. Verfolgungsjagden und so weiter. Aber das sind, wie gesagt, immer nur kurze Videosequenzen. Das Spiel ist auch jetzt nur ausgeglichen bewertet. Jetzt gucken wir mal gerade, warum das bei dem so ist. Das Spiel ist doof. Ach, ehrlich. Sag mal, spielst du ein Wimmelbildspiel, um die Story als doof zu bezeichnen? Ähm, ich weiß nicht. Natürlich ist die doof. Okay. Es ist auch nicht sehr viel bewertet. Deswegen ist das auch nicht wirklich hinreichend wichtig, was da jemand gesagt hat. So, und wir kommen zum letzten Bundle. Endless Fables 4, Shadow Within. Die berühmte Anthropologin Pamela Kavendisch fährt in ihre Heimatstadt ganz oft und wird mit einer Tragödie aus ihrer Kindheit konfrontiert. Ein Albtraumgestalt hat ihren Freund Hans entführt, aber niemand glaubte ihr. Jetzt hat die mutige und standhafte Pamela die Möglichkeit, Licht in Zukunft zu bringen. Achso, ganz wichtig. In, ich würde sagen, 90% aller Fälle ist der von dir fast nie gesehene Protagonist tatsächlich eine Frau. Na, also man merkt das sehr oft, so ohne weiteres nicht, bis auf wenige Sequenzen. Aber, ja, es ist wirklich meistens eine Frau. In dem Fall ist es die berühmte Anthropologin Pamela Kavendisch. Die hier auch ganz anthropologische, was ist nochmal schnell ein Anthropologe, ich hab's vergessen, Rätsel löst. Und, genau, und das ist wieder positiv bewertet und das war auch das letzte Video. Das war jetzt geballte Information, ich hätte das Bundle normalerweise nicht reviewt, aber ich wollte einfach mal ganz kurz sagen, was sind Wimmelbilder, oh, das ist ein Bild, das müsste ich euch ganz kurz zeigen, Moment, das muss ich noch irgendwie reinmachen, ob euch das bekannt vorkommt. Warte mal, ich versuche das jetzt irgendwie mal so zu machen. Habe ich irgendwas auf, was ihr nicht sehen solltet? Nein, gut, muss man mal eben mal gucken, ne, ich meine, ja gut, Pornhub ist out, aber nicht, dass ich irgendeine komische Seite aufhabe oder so, zack, jawohl. Kommt euch das bekannt vor? Symbole und Lichterketten? Da hat doch jemand die erste Staffel von Stranger Things geguckt, ne, zum Beispiel. Die klauen schon ganz gerne. Also, Inhalt dieses Videos ist nicht Vorstellung dieses Bundles. Es ist ein guter Einstieg, ihr habt neuwertige Spiele auf dem neuesten Stand der Wimmelbildtechnik für 5 Euro und könnt euch dann vielleicht so langsam zurückkaufen oder gucken, ob es die Bundles irgendwo noch gibt. Es kommen regelmäßig welche raus. Es ist einfach ein kurzes Vergnügen und ich wollte einfach mal sagen, spielt mal ein Wimmelbild. Es macht Spaß. Punkt. So, wie gesagt, erwartet nicht eine ernsthafte Beschäftigung mit Story, Grafik und neuster Technik oder Action, sondern, naja, das ist so ein bisschen, die ist schön äquivalent zu Kreuzworträtseln oder so, Doku. Ja, ne Beschäftigung halt, ja. Also ihr werdet da nicht tolle Storys erfahren, aber es gibt manche, die sind wirklich gut gemacht. Da gibt es zum Beispiel Angst, ist das wirklich toll. Adam Wolf soll sehr, sehr gut sein, das gab es mal bei Twitch Prime. Wie gesagt, ich mag die Wimmelbilder, ich sammle die, ich habe da sehr, sehr, sehr viele schon und auch einige Let's Played. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Verlinke ich euch jetzt nicht, findet ihr auf meinem Milky-Kanal. Und ansonsten war es das von mir. Nochmal, ihr könnt den, da, Train Sim gewinnen, einfach in die Kommentare schreiben. Ihr könnt Demon Hunter 5 gewinnen, äh, 5, ja. Und Secret Order, Moment, kriege ich das hin? Na, 7, ist das eine 7? Das ist eine 7, ich, ach, lass es. Gut, also ihr könnt 3 Wimmelbildspiele gewinnen, äh, 2 Wimmelbildspiele und den Train Simulator in der Grundversion. Und das war es von mir. Bin ich raus, ich sage euch, wie immer, macht es gut. Hierzu gibt es keinen Livestream. Diese Woche sowieso nicht, habe ich schon mal gesagt. Arbeite diese Woche bis 23 Uhr. Bedanke mich fürs Zuschauen. Like ist schön, Abo ist schön, wäre super. Ansonsten macht es auf jeden Fall mal gut. Ciao.